Gehe einmal im Jahr irgendwo hin, wo du noch nie warst, sagt der Dalai Lama. Mit uns können Sie das auf eine ganz besondere Weise tun. Bei Berge und Meer können Sie online die Rundreise buchen, die am besten zu Ihnen passt. Wie das aussieht? Nehmen wir mal an, Sie planen eine Rundreise, wollen diese aber nicht von der Stange, sondern individueller. Kombinieren Sie einfach aus unterschiedlichen Reisebausteinen Ihre persönliche Wunschreise. Also zum Beispiel Kultur, Kulinarik und Strand. Oder doch lieber erst eine spannende Metropole, dann Nationalparks und zum Schluss Strand. Oder wie wäre es mit Kulturerlebnis, anschließendem Inselhopping und dann noch ein Abstecher ins Nachbarland. Es gibt unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Egal ob Sie mit Ihrem Partner, dem besten Freund, einer Freundin, alleine oder mit mehreren Leuten verreisen möchten. Alles ist möglich. Mit Berge und Meer können Sie Ihre schönsten Reiseträume wahr werden lassen. Unser Plus für Sie? Sorgfältig geplante Reiseprogramme von unseren Experten, die wissen, wo es am schönsten ist. Buchen Sie jetzt online Ihre individuelle Rundreise und erleben Sie die Welt mit Berge und Meer.